Punta Pina in Bagnaya, komplett renoviert mit 11 ganz neuen Zimmern Bed & Breakfast. Jedes Zimmer hat einen privaten Eingang und ist komfortabel ausgestattet. Klimaanlage, Heizung, Satellitenfernsehen, Kühlschrank, Telefon, ausgestattete Sonnenterrasse, Bad mit Dusche, WC und Föhn. Nur 100 Meter von unserem Hotel entfernt befinden sich der Strand, der Bootsanlegesteg, der Minimarkt mit Basa, die zwei Restaurants und die Pizzeria. Außerdem befindet sich eine deutsche Segelschule im Ort. Bei uns verleben Sie einen bequemen und angenehmen Urlaub.